Ich war wieder mit Gefahr. Und ich musste ihn direkt in die Augen sehen. Im wahrsten Sinne dieses Wort. Wir sind jetzt weiter in dieses Gebäude vorgedrungen und werden bald den Schrecken buchstäblich in die Augen sehen. Und das da hinten, Freunde, ist er. Und das ist der Bibliothekar. Und ich sollte mich ein bisschen beeilen, weil ich hier auch wieder eine Gasmaßke brauche. Und daher kann ich gar nicht so lange herumtrödeln. So, ähm, hier geht's runter, okay. So, ich rüste gleich mal meine dicke Wumme aus. Auch da ist er. Oh fuck. Oh fuck, er hat mich gesehen. Ja, jetzt beginnt der Spaß, Freunde. Das ist der Bibliothekar. Oh, oh. Hä, ganz cool. Ganz cool. In die Augen sehen. In die Augen sehen. Nein! Oh, oh, oh. Pfui. 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 Hängst du fest? Autsch. Autsch. Shit. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Verdammt warum bist du so aggressiv? Ganz ruhig. Hä? Puhi. Ich zieh nicht. Okay. Ja gut, das fing schon mal schlecht an. Aber Wir müssen Wir dürfen eigentlich nicht auf ihn schießen Weil er sonst richtig Pissi wird Und auch nicht mehr aufhört Scheiße Ach man, das wird Hey, hör auf damit Hör auf damit Hör auf damit Hör auf damit Ich guck dir doch in die Augen Warum bist du dann so aggressiv Autsch Nee, das hat keinen Sinn Jupp Und wieder verreckt Das wird heute noch sehr oft passieren Ich überleg schon, ob ich ihn Erschießen soll Wenn diese Dinge nicht so unglaublich viel Munition fressen würden So Wir springen runter Er bemerkt uns Er kommt Egal Das probieren wir jetzt aus Wie kriegen wir ihn am besten weg? Ah Hinten stehen Oh Oh Vorsicht 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 Jo Bist du am feiner Jo Bist du am feiner Hinten stehen Funktioniert Ja Er ist weg Vorerst Aber er ist schnell wieder hier Und wenn wir ihn da nicht angucken Äh Dann Dann Und wenn wir ihn da nicht angucken Wird aggressiv Wenn wir ihn da nicht angucken Und wenn wir ihn da nicht angucken Das wird aggressiv Weg hier. Weg hier. Schnell. So, wir müssen hier durch. Ein Glück, dass ich den Weg jetzt kenne. Oh, ich höre ihn. Bist du da? Ne. Ist was anderes. Okay. Mal umsehen. Wie ich diese Stelle hasse. Also ich glaube, das ist die größte und schlimmste Stelle im Spiel. So. Hier ist nichts. Wo bist du? Mein lieber Bibliothekar. Egal. Bleib da, wo du bist. Toll. Da ist er. Kommt er? Kommt er? Ich höre ihn immer noch zu hören. Toll. Da wartet er auf mich. Autsch. Pui. Hör auf. Hör auf. Nicht nett. Oh. Ja, ich mach's schon aus. Äh. Helf mir. Ja, ich weiß. Du bist stark. Oh, oh. Und schon ist ein Filter weg. Ach, geh doch. Hör auf. Hör auf. Da. Hör auf. Hör auf. Hör auf. wieder gewechselt es gibt es noch nicht egal ich sehe nichts ich sehe auch nichts hier rein? keine Ahnung ne hier durch ok weiter da ist nochmal erfüllt was, sehr gut können wir nicht genug davon haben das nächste mal wenn wir in eine Station nochmal kommen sollten nein, sind eine kommen ja normalerweise schon noch dann werde ich so viele Filter kaufen, dass ich daran ersticke, das schwere ich euch so ok geht hier was nicht oh, 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 oh ah, 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 ah ouch ich darf mir nicht die Gasmaske kaputt machen ansonsten hab ich ein Problem ich verzieh mich jetzt erst mal ne ich komm nicht weg er hat mich verloren okay ja dass das ganze zeitlich begrenzt ist macht es nicht einfacher okay was können wir hier machen ich glaube hier können wir die Gasmaske wechseln ja das ist sehr gut und runter damit auweia so gehts wieder anscheinend diese heben wir uns auf die könnte noch wichtig sein wenn unsere kaputt geht okay du bist hier durch ja der hat uns hier den weg frei gemacht was ist hier noch ein Filter so bitte lass es zwei sein bitte lass es zwei sein nehm auf nein nur einer egal vier filter hör auf nein ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ne nichts ruhig er ist pissy huah leute okay okay halb so wild wir verbrauchen zwar ein bisschen Filter aber noch können wir das schaffen also geradeaus und dann links rein ich weiß noch nicht wo er ist ich weiß noch nicht wo er ist oh oh keine Geräusche machen dun 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 okay hier geht er wieder das ist irgendwie so ne safe zone ja ich geh schon wieder du kannst mir nichts wir müssen leiser sein wenn er uns hört dann kommt er sofort so wie sieht's aus da ist der noch ich seh ihn ich seh ein bisschen was von ihm na komm geh guck der jetzt runter und wartet ob sich noch was tut da müssen wir abwarten so masken wir mal kurz auf äh gehst du auch nochmal guckt der denn hin was macht der denn da da ist es nicht gut egal ich schleiche mich hier jetzt durch aber sehr schön wo keine keine Geräusche machen okay gut hier durch könnte auch ein speicherpunkt mal kommen wäre sehr toll so hier öppet nein 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 setz das Ding aus setz das Ding auf dauernd will ich nicht sterben nicht so lange hier noch ein paar Filter liegen wechseln nein tun wir immer noch nicht wir gucken uns um hoffen dass da drin noch ein Filter liegen könnte aber nein ach Munition nicht übersehen okay äh was ist das egal oh äh lass los äh lass los lass los ja ich hab dich auch lieb ja ich hab dich auch lieb egal jede Menge Toiletten und hier geht's weiter ja momentan läuft es eigentlich noch ganz gut oh öh 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 momentan läuft es noch ganz gut also ich bin eigentlich schon fast optimistisch dass wir das Gebiet bald haben aber deswegen wird es nicht einfacher also wir werden noch öfters die Bibliotheka sehen wo bist du hier nicht ich glaube er ist hinter mir oder nein nochmal ein Filter ähm richtig was können wir jetzt einmal wechseln oder so weiter geht's äh hier hoch okay ja tut mir leid dass ihr jetzt wahrscheinlich ziemlich wenig seht aber ich muss sparen ich muss unbedingt sparen so ja es wird gespeichert anscheinend sehr toll was ich hier total hasse ist dass die Karte äh vollkommen verwirrend ist also besonders oh da fliegen die Dämonen auch noch herum also besonders äh im unteren Stockwerk ist die Karte total irreführend so da ist noch ein Pfeil ansonsten ist hier nichts gut gehen wir weiter oh wo ist der 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 hinter mir hinter mir äh ja genau das ist das was ich meine wo ist der genau das ist das was ich meine jetzt bin ich runtergefallen pui ach ich gehe mach's gut da kannst du nicht durch hoff ich mal egal weiter äh hier durch ich glaube es ist auch nur einer oder zwei die hier herumlaufen gut naja halb so wild wir sind wieder oben und oh wo ist der wo ist der wo ist der uah natürlich vor mir wo denn sonst wo muss ich hin ich keine Ahnung ich gehe mir nicht mehr aus verdammt schade lief so gut aber da hat er mich erledigt doch wir haben ich glaube ein Speicherpunkt also ich würde es sehr begrüßen ja warum haben wir warum haben wir null filter warum haben wir null filter kann mir das einer erklären hä das ist jetzt nicht euer ernst okay das sieht schon besser aus also ich weiß jetzt nicht was das war aber das hat mich gerade zu Tode erschreckt hier noch ein paar Pfeile so also hier kommt er gleich irgendwo angeschossen wo müssen wir hin ja da ist er schon egal hier rein ich bin mir ziemlich sicher wir müssen hier rein uah kommst du nicht rein so okay was geht runter ja ja ich weiß schon dass du hier bist keine Pank gut da war er kurz jetzt will ich mal kurz sehen ob ich hier irgendwas noch aufnehmen kann aber nein dann gehen wir hier runter so es ist auch nicht wirklich klug die zu bekämpfen weil die unglaublich viel Munition fressen aber wir sind eh schon ziemlich weit wo ja hi hi es sind zwei es sind zwei und er kommt hier rein so ich laufe an dir vorbei und weg hier nichts wie weg hier falsch Sackgasse ach komm ja etwas verrührend besonders wie ich es das erste mal gespielt habe so jetzt haben wir wieder null Filter toll was soll denn der Müll egal ich laufe mein Leben so hier rein jetzt haben wir zwar zwei Filter aufgenommen aber wo sind die anderen das ist ja total unfair also ich spiele schon mit dem Gedanken mich töten zu lassen ganz ehrlich weißt du was ja doch oder jetzt den Speyerpunkt laden ich hoffe das ist nichts falsches ja jetzt habe ich wieder meine vier ähm Filter und ja die will ich auch gefälligst behalten so jetzt gehen wir wieder hier rein da kommt er mir auch nicht so schnell hinterher boah bleib weg nehmen nochmal die Gasmaske auf und ja jetzt gibt es keinen zurück ich überlege schon ob ich einen töten soll wo müssen wir denn hin wir müssen gerade aus und dann links irgendwo rein glaube ich ja den kann man leider nicht verhindern so vielleicht können wir ihn ja vielleicht können wir ihn ja hör auf nein 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 man geht immer so aggressiv lalalala ouch nee das wars wo ist der hier vor mir na kacke ich weiß nicht wo es hin muss ich glaube ich töte ihn ich glaube einen töte ich null Filter nein das akzeptieren wir nicht also ich finde das total bescheuert was die hier äh machen so will wieder meine drei Filter oder waren es nicht schon mal vier ich weiß es nicht ich würde dem Spiel alles zutrauen gut rein nehmen wir das wieder alles mit ja du kannst dir gar nix hier und ähm hier da soll ich ihn töten soll ich ihn töten ich überlege gerade glaube lohn ja halbse Welt ich glaube ich töte ihn wenn er nochmal aggressiv wird dann töte ich ihn ich versuch's zumindest ja bist du ein feiner hm ne pfui böse ja das ist gut das ist sehr gut der ist weg die Frage ist wie lange nutzen wir es auf jeden Fall aus gucken dass wir endlich hier weg kommen hier kann ich nicht rein das muss hier sein das war schon richtig ja hier geht's weiter hier ist nichts gut da sehe ich auch nichts ja wir haben es fast geschafft glaube ich hier durch ja und jetzt rein um dein Leben hi das ist Ja, Leute. Was will man jetzt dazu noch sagen? Nicht viel. Jedenfalls... Einer... Weniger. Oh, du siehst ja. Richtig. Lass mich raus. Egal. Tja, selber schuld, wenn du mich nicht rauslässt, ja? Ähm, ja. Jedenfalls ein Gebiet geschafft, das nächste wird folgen, aber ich werde hier ein Cut machen, weil es gerade so schön treffend ist. Und ja, wie wir sehen, wir haben noch nicht genug von diesen Kerlen gesehen, hoppla. Äh, ja. Wie es weitergeht, sehen wir also im nächsten Part von Metro 2033. Ist die einularesseitig. Musik Musik